Ich hätte gerne eine junge Dame neben mir auf dieser Stage. Die junge Dame ist 17 Jahre alt und hat dann zuerst vor kurzem, beziehungsweise vor einem Jahr und da. Sie ist letztens schon hier und jetzt das zweite Mal schon. Das heisst Nadja Anglin und ich will einen grossen Applaus für Sie. Das heisst Nadja Anglin und ich will einen grossen Applaus für Sie. Das heisst Nadja Anglin und ich will einen grossen Applaus für Sie. Das heisst Nadja Anglin und ich will einen grossen Applaus für Sie. Das heisst Nadja Anglin und ich will einen grossen Applaus für Sie. Das heisst Nadja Anglin und ich will einen grossen Applaus für Sie. Das heisst Nadja Anglin und ich will einen grossen Applaus für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020